Hey Leute, das ist der Bullich und die Korben hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini Euro 20 22er Frauenstickerserie. Jawohl, es geht die nächsten 20 Sticker, warten auf uns und ja, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, verlinke ich sie euch a unten in der Videobeschreibung und b, kleiner Spoiler, es fehlen nicht mehr viele Sticker. Wir haben das Heft bald vollständig, das heißt wir können das nächste Let's Collect Stick Heft abhaken. Wir gehen rein, wir gehen rein. 34, dann haben wir Nordöland 102, Cardona Spanien, guten Monster Tier Island und Toiletti Frankreich 293. Mappi Leon Spanien, Kumba So, 272, Georgieva, Kika Farnes aus den Niederlanden und der offizielle Spielball. Beim offiziellen Spielball habe ich Bauchschmerzen. Shiny Sticker ist immer so eine Sache. Dann Black Stenius, Schweden und E-Hüchsen, Schweden. Schweden, 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 Schweden. Da dazwischen, da dazwischen, so. Dann noch Carina Benninger und Adler Dottir. Letztes Pack. Letztes Pack haben wir Jill Roth, 210. Irene Paredes, nochmal Spanien. Ella Thun. Schnaderbeck aus Österreich. Und das Logo der Euro 2022 der Frauen. Zack, 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 zack. Dann wollen wir mal schauen, ob wieder vielleicht nur die Scheiß doppelt sind oder ob heute auch Portraitsticker doppelt sind. Ob überhaupt ein Sticker doppelt dabei ist. Ja, direkt die ersten beiden. Perfekt. Läuft bei uns. Logo und Spielball. Doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Aber dafür fehlt nur noch die Lucy. Lucy ist die Letzte, die fehlt. Wieso sag ich das? Weil wir Ella Thun auch am Start haben. Eine Engländerin fehlt. Zack. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr nice. Dann Carina Wenninger haben wir noch jemanden. Jawohl. Jawohl. Und die nächsten beiden. Ja, nur die nächsten beiden. Katja Wiener Reuter fehlt noch. Das heißt auch einer, beziehungsweise eine, eine Spielerin der Österreicher. England einer, Österreich, ein Sticker. Mal gucken, wie es und wo es weitergeht. Hier, Norwegen einer. Ja, okay. Nordirland leider ein paar mehr. Drei Stück nämlich insgesamt. Drei Sticker. McCarron, McKenna und Nelson. Deutschland komplett. Dänemark geht es heute nicht weiter. Spanien haben heute einige gezogen. Die linke Seite machen wir auf jeden Fall vollständig. Die rechte Seite definitiv nicht komplett. Und werden wir auch nicht komplett kriegen. Weil wir nur die 172. Und die 174 haben. Zack. Somit fehlen fünf Sticker. Fünf Sticker fehlen 207. Dann die 210 und das war's. Somit fehlen von den Niederländerinnen. Von der Oranje drei. Sechs Sticker. Ich würde schon sagen, es ist doppelt. Hä? 234? Ne, es ist 224. Magdalena Eriksen. Zack. Und Stina. Und somit fehlen von Schweden vier Sticker. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und Kumba, so. Noch aus der Schweiz. Und dann von der Schweiz sieben Sticker von, oh, Frankreich. Also vorne sieht's besser aus als hinten. Toiletti. Und dann noch zwei von Island. Drei, fünf, drei und drei, sechs, drei. Das ist Swabaross Gutmonstertier. Das ist Swabaross Gutmonstertier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi. comunque looks einem Tschüssi. Drei, fünf, drei. T Joshua, ich hab dich coaliert auf Team. Ich habe hier visitedído consume. Ich sehe mich spielt da eine Erste Jag. Und baніira. Leben, drei mal. Women, drei pueblo. ningar aus dem Ba healing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017